Hallo Leute und Willkommen zu diesem ASMR-Stream. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe einiges heute vorbereitet für diesen Stream. Habt ihr das gehört? Also ohne Spaß, das hört sich wirklich cool an. Wie findet ihr das Geräusch? Ist das euer Geräusch oder eher nicht? Ich habe Luftpolsterfolie, aber Luftpolsterfolie ist immer eher richtig nice, ehrlich gesagt. Und ich hab mir jetzt extra für diesen Stream einen Pinsel bestellt. Einen richtig hochwertigen Pinsel, Leute. Es gibt auch eine dritte Sache, die ist aber geheim noch. Die dritte Sache ist das große Finale. Blupin-ASMR. Ich kenne das, das ist ja so diese typische Stetigkeit, die man machen kann, um sich mal abzureagieren. Aber diese Mini-Polster-Döcher zu drücken. Eins in den Chat, wenn ihr ASMR entspannend findet, bitte. Mach mal bitte eins in den Chat, wenn ihr ASMR spannend findet. Entspannend. Und eine 6.785.012, wenn ihr es nicht entspannend findet. Nee, ohne Spaß. Das soll sich ja anhören, wie als wenn jemand einem die Haare streichelt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, stellt euch mach mal die Augen zu. Ich weiß, ihr seid die meisten von euch sind keine ASMR-Fans, aber jetzt macht mal bitte die Augen zu. Stellt euch vor, jemand würde euch die Haare streicheln. Nicht ich, jemand, nicht ich, schon gar nicht ohne Hose. Was ich auch noch nie gesehen habe, ist es eine Schokolade. Inkommen auf dieses Papier, die drum ist. Habt ihr das schon mal gesehen? Dass eine Schokolade in nicht einer Schicht Papier eingewickelt ist. Nicht in zwei. Nicht in drei. Nicht in vier. Sondern fünf Schichten. Ich glaube, das ist ein Produktionsfehler, oder Leute? Jetzt mal ernsthaft, die Tafel Schokolade ist wahrscheinlich 10 Millionen wert. Wieso ist eine Tafel Schokolade in fünf Schichten Papier? Guck mal. Da ist fünfmal die Verpackung drumherum, Leute. Fünfmal. Das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Frage ist, wie kann ich mir jetzt elegant davon was abbrechen? Das war viel zu viel. Vielleicht kennt ihr die. Waren die hier, Leute? Diese Prickeldinger. Crazy Dips. Diese komischen Fußsohlen. Die du anfeuchtest und dann da reinsteckst. Und dann kriegst du dieses ganze Knusperzeug. Dieses Knusperding. Alter, was für ein Dunst da schon rauskommt. Das sieht auf jeden Fall super natürlich aus. Ich habe auch nie verstanden, wieso das ein Fuß sein muss. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich komisch, als geht mir die ganze Zeit ein Fuß in den Mund zu stecken. So, auf geht's, Leute. Zeit für ein bisschen Fuß. Ich habe direkt mal den Fuß voll gemacht, Leute. Voller Genusprigkeit. Und auf geht's. Ich würde aber sagen, das war es mit dem ASMR-Stream. Wir haben jetzt wirklich drei Stunden ASMR durchgehalten. Wir haben jetzt wirklich drei Stunden ASMR durchgehalten. Tschüss. Tschüss.